In der heutigen News-Folge geht es um FIA beschlagnahmt Ferrari-Benzinsystemen, Grosjean mit MGO-Car-Problemen beim Brasilien-Grand Prix, Ocon testet nach dem Abu Dhabi-Grand Prix für Renault, bald neue Restart-Regeln, in 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die FIA hat bei drei Boliden einen Teil des Benzinsystems beschlagnahmt, die in Ruhe untersucht werden sollen, denn mit möglichen Tricks soll Schluss sein. Die Ferrari-Konkurrenten sind der Meinung, dass sich seit der Einführung der technischen Direktive etwas geändert habe, was Ferrari abstreitet. In den USA waren die Roten mit einer anderen Fahrzeugabstimmung unterwegs, nämlich mehr Anpressdruck, was auf Kosten der Geschwindigkeit geht. Mercedes und Red Bull haben nicht gegen die Scuderia protestiert. Die FIA hat Teile des Benzinsystems von einem Ferrari-Boliden, einem Boliden aus dem Ferrari-Kundenteam und einem Boliden aus einem Nicht-Ferrari-Team beschlagnahmt, um sie miteinander zu vergleichen. Die konfiszierten Teile sind Benzinleitungen zwischen dem Motor und dem Durchflussmengensensor. Die Untersuchung dauert ein paar Tage. Sollte bis zum letzten Grand Prix des Jahres keine Nachricht kommen, ist davon auszugehen, dass alles legal ist. Romain Grosjean hatte beim Brasilien-Grand Prix nach der letzten Safety-Car-Phase mögliche Chancen auf das Podium. Ja, wenn er nicht die MGO-Car wäre, die nach dem Restart früher Feierabend machte. Dadurch verlor er nach und nach immer mehr Positionen und wurde am Ende nur 13. Es war aber kein permanentes, sondern ein temporäres Problem des Elektromotors, welches anschließend nicht mehr aufgetreten ist. Esteban Ocon wird am Dienstag und Mittwoch nach dem Abu Dhabi-Grand Prix für seinen neuen Arbeitgeber Renault den Pirelli-Reifentest absolvieren. Eigentlich ist er bis Ende Dezember bei Mercedes unter Vertrag, doch die Silberfeile lassen ihn früher zum französischen Werksteam. Max Verstappen lag beim Brasilien-Grand Prix als Führender nach der zweiten Restart-Phase vorne. Er ist mit Absicht so langsam gefahren, denn da gab es keinen Angriff von Lewis Hamilton. Und auch dahinter kam es zu spannenden Kämpfen. Beim ersten Restart in umgekehrter Reihenfolge kam es zum Manöver Verstappen gegen Hamilton. Da hatte Hamilton früher beschleunigt und Verstappen Windschatten gegeben, sodass der Holländer den Briten überholte. Ross Brawn denkt daher über eine Art Indy-Car-Start in Zweier-Reihenformationen nach oder eine klar definierte Restart-Zone, die verhindern soll, dass der Führende zu früh beschleunigt. Kommen wir zu Mikes Meinung. Von mir aus kann die FIA das ja machen. Und falls sie dort nichts Illegales finden, hört das Thema endgültig auf. Langsam geht mir das echt auf die Nerven. Dann errate ich mal die Teams, deren Teile auch von der FIA konfisziert wurden. Das Ferrari-Kundenteam könnte Alfa Romeo sein, da sie in Brasilien auch sehr flott unterwegs waren. Und das Nicht-Ferrari-Team könnte Mercedes oder Red Bull als Vergleich sein. Schreibt mal in die Kommentare, welche Teams ihr glaubt, die betroffen sind. Ach ja, die Elektromotoren und ihre beschränkte Lebensdauer. Grosjean ist nicht der Einzige, dem dieses Schicksal widerfahren ist. Da gab es schon viele, die das auch hatten. Indy-Car-Starts in der DTM? Ja, okay, von mir aus. Aber Indy-Car-Starts in der Formel 1? Ich weiß ja nicht. Das könnte dann ziemlich viel Kleineus geben. Also dann eher die bevorzugte Restart-Zone. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Emil. Er schreibt, Was würdest du von einer Formel-1-Strecke halten, bei der die Boxengasse nicht parallel zur Start-Zielgeraden liegt? Also um ehrlich zu sein, habe ich noch nie so eine gesehen. Ich meine, kennst du zufälligerweise solch eine Strecke? Ich wüsste keine. Kann es mir aber am besten Willen nicht vorstellen, denn die Boxengassen waren bzw. sind schon immer parallel zur Start-Zielgeraden gewesen. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video. Und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 18.30 Uhr auf Twitch. Bis dahin. Ciao. Ciao.